Du meinst den Basilisten-Nebel? Kenn ich, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich hab nicht in den Mutagen-Kriegen gedient, wenn du das meinst. Ich hab gehört, dass ihr das alles ausgeheckt habt. Sig 9 meinst du? Ja, hab ich auch gehört. Stimmt es? Sagen wir einfach, wenn du deine DNS mit Insekten holst, ist das okay. Wenn du dich aber von HUB unabhängig machen willst, dann kriegst du Erwärmung. Und damit herzlich willkommen zu Evolve. Ja. Ich bin der Soul. Und ich bin der Trapper. Mit der Maggie und der Daisy. Und ja, das ist einfach mal so. Da ist das Biest. Wo ist das Biest? LOL. Da. Mach Schild. Und gewonnen. Schild ist raus. Nice. Wo willst du hin? Das ist besser da hoch. Ja, das kann man... Ich denke mal gleich, ich mach schon drauf. Wir können gleich mal sagen, was welche Klasse er machen muss. Weil jetzt sind wir ja hier nur am ploppen. Ja, wo ist denn der Supporter? Der muss sich doch beschützen. Mit seinem Schild. Weißt du, was mir ein bisschen fehlt bei dem Spiel? Was denn? Das Treffer-Frieddeck. Ob du das Monster jetzt getroffen hast oder nicht? Den hast du doch. Da wird das Faden kurz auf rot. Echt? Ja. Das ist ein Fein. Doch, 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 doch. Da, da, da. Okay. Woosch. Medic. Geil, einhaltig. Warte, du solltest es abbauen, ne? Setz mal deine Harpoon. Vielleicht ein bisschen. Aber jetzt ist es weg. Aber egal. Es ist nach rechts hingelaufen. Jetzt ist links. Weniger als die Hälfte der Damage. hier unten ist es so den Monster haben wir auf jeden Fall gegeben fürs Erste ja dann können wir jetzt in der Zeit nochmal erklären welcher Charakter was machen muss also ich bin der Sold ich bin ja nicht dafür da nur Damage zu machen also ich muss den Monster richtig geben ja eigentlich macht der Sold nicht so was und mich wenn es wenn es wirklich knapp ist mit meinem Leben selbst mit meinem Schild zu umschlitz zu schützen aber das wird ja auch alles was der Sold macht fürs Team ja dann gibt es den Trapper der Bild ich bin halt dafür zuständig und Zeit zu fangen mit dem der Kuppel und halt mit der E-W die irgendwo hinter mir ist warum auch immer das Monster auswendig zu machen genau ja und dann gibt's den den Medic er ist selbsterklärend denke ich der Heim muss halt heilen und hat so ein Scharfschützengewehr also mit der ersten Klasse damit er den Monster mehr Scham zu führen kann wenn wir da drauf schießen und ja dann gibt's noch den Supporter der muss halt der kann halt so ein Schild machen womit man unverwundbar wird für eine gewisse Zeit hier ist der irgendwo hier unten genau und dann kann er halt so einen Orbitalschlag machen der ist halt mega effektiv und ja und Maschinengewehr hat er also ja und das Monster muss halt gucken dass es am Anfang wirklich abhaut und nicht so wie das Monster jetzt gerade sich erwischen lässt hier mach Schild, mach Schild was? wo? 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 da hinten bin gleich bei euch ja, chill, chill, chill da ist es und uns aus aber es hat ein bisschen Schild wir müssen jetzt ein bisschen das ist sehr gut schön festgehalten Leute, meine Maus ist kaputt ich kann mich nicht bewegen hallo haha was du mir lustig im Chat warst du glaube ich, oder? nein, Batterie leer so, komm, der Monster muss tot sein da noch eine Giftbombe wir schützen Leute, das Monster reift dich gar nicht an ich weiß noch nicht, dass meine Batterie leer ist Mann, das kommt ja im richtigen Moment, weißt du ja, ja, schieß automatisch zum Glück ist das Monster nicht so hell ich schieße, ohne dass ich irgendwas drücke weil ich's kann weil ich's kann oh, ist das still oh, geil ah, Batterie machen wir den Monster-Monster Dexter markiert doch da oben Batterie was wäre denn jetzt finde ich keine Batterie nützt da? so, nachgeladen so, wo seid ihr? da, gewulft lol, zweites Level komm, komm da ist es, da ist es gewulft das kann auch erklären, warum ich eben bei Counter-Strike nichts getroffen habe jetzt muss auch der S die Batterie leer war scheiße nein Pflanze hat mich gefangen was macht denn der Dexter? Dexter schießt auf die Pflanze ja, gut bist du noch am Leben? ja, noch soll der ist da unten jetzt, komm, 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 komm bin genau hinter dir der ist unter uns mit der Kuppel schaffe ich das noch nicht warte hier ist es habe ich ich bin tot lol dieses bitte Vieh hab das denn? ja, nein das ist noch meine Daisy hilft dir hab das? ja, ne? so, jetzt der Flammenwerfer und drauf, und drauf, und drauf da oben ist es versucht sich zu verstecken hier ist es wow Schild ein paar Giftbomben jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein ja, jetzt rein, jetzt rein ja, jetzt vorbei, jetzt ist es vorbei ja, mach den Obikalschlag ja alter, dieses Piepen sowieso komische Tronie geht mir vor oh, meine Falle haha jawoll gewonnen easy win aber der Goliath, der war auch nicht so schlau vor allem direkt wo wir gespawnt waren hat der direkt vor uns, äh die Dinger gefressen das beste was du machen kannst ist, wenn du wenn du gespawnt wirst als Goliath erstmal laufen einfach weglaufen nichts gefressen oder sonst was einfach nur weglaufen so weit wie du kommst oh, Stufe 5 hey Schadensbonus als Monster ok gewinner ein Match neuer Freischaltung uh, ein Herzhintergrund wuhu so sechsmal mit der Falle getroffen ja bald hab ich Gryphon ich muss mit der Harpunenfalle mehr arbeiten Gryphon mhm alles klar würde ich sagen das war's fürs Erste, oder? wie lange hat das denn jetzt gedauert? ich weiß nicht ein paar Minuten ja aber ein Spiel ist immer okay ja denke ich gut dann sieben, sieben Minuten 55 ja muss auch mal zehn Minuten was alles klar, gut dann dann bis zum nächsten Match tschüss 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 tschüss